Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Der Pakt ist der neue Mega-Blockbuster von Guy Ritchie, den ihr seit dem 21. Juli exklusiv bei Prime Video sehen könnt, den in den USA liefern in den Kinos, aber wie es sich für einen Mega-Blockbuster gehört, in Deutschland direkt im Stream. Und damit Hallo zu unserer Besprechung hier beim Tele-Stammtisch. Mit an meiner Seite sind zwei tapfere Recken, zwei Soldaten, die durch Tod und Teufel gehen würden, um mich zu retten, das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest um ihre Weingummi-Reserven zu retten. Hallo Sven, hallo Dom! Moinsen! Die Stimmung ist gut, so wie es sein muss, wenn man so ein Kriegsdrama wie Guy Ritchie is the Covenant, so zumindest der Originaltitel, bespricht. Und der Film ist durchaus prominent besetzt. Wir haben nämlich ganz vorne mit dabei Jack Gyllenhaal und einen Darsteller, den viele vielleicht nicht kennen, aber das Gesicht kennt ihr vermutlich, nämlich Dark Salim. Das ist ein dänischer Schauspieler, der auch schon in diversen internationalen Produktionen zu sehen war, auch in deutschen Produktionen war er schon dabei. Und die beiden bilden jetzt hier ein, ich würde sagen, ein Team. Aber um was genau geht es jetzt in Guy Ritchie is the Pakt? Wer möchte denn vortreten? Wer möchte denn mal kurz unseren Zuhörenden sagen, worum es geht? Wer traut sich? Wer ist tapfer? Wer ist mutig? Wer hat einen Arsch in der Hose. Ja, komm, für Gott und Vaterland. Noch eine Mission muss Sergeant John Kinley, Jack Gyllenhaal, absolvieren. Dann kann er nach Hause. Doch dann gerät er mit seiner Einheit in einen Hinterhalt. Nahezu alle Mitglieder des Trupps sterben. Nur Kinley überlebt schwer verletzt. Auch dank des Einsatzes seines Dolmetschers Ahmed Dar Salim. Der riskiert sein Leben, schleppt den verletzten Soldaten weg von ihren Verfolgern und quer durch Feindesland und quer durch Feindesland in ein sicheres Gebiet. Zurück in den USA findet Kinley aber heraus, dass Ahmed und seine Familie weiter in Afghanistan sind. Das versprochene Asyl in den USA wurde ihnen nicht gewährt. Kurzerhand packt er sich seine Ausrüstung und kehrt zurück in das Kriegsgebiet. Nachdem Ahmed sein Leben gerettet hat, will er dem Freund und dessen Familie dies nun zurückgeben. Er ist nämlich fest entschlossen, Ahmed auf eigene Faust da rauszuholen. Vielen Dank. Ja, man ist es ja normalerweise gewohnt, dass so eine Synopsis so einfach nur erklärt, worum es grob geht und so die ersten, ich sag mal, den ersten Akt, vielleicht noch ein bisschen für den zweiten Akt abkanneln. Aber diese Synopsis erklärt euch im Prinzip den ganzen Film, den man, würde ich sagen, grob in zwei Teile unterteilen kann. Nämlich einmal, ich sag mal, das erste Abenteuer, wo halt eben der Dolmetscher, der Ahmed, den Kinley halt rettet. Und dann natürlich den Part, wo es dann andersrum ist, wo halt eben der Kinley versucht, seinen Dolmetscher zu befreien. Habt ihr damit gerechnet oder dachtet ihr im Vorfeld, das wird halt so ein typischer Afghanistan-Moderner-Krieg-Action-Thriller sein? Weil, sei mir ehrlich, Guy Ritchie ist nicht gerade dafür bekannt, Dramen zu inszenieren. Sven, wie war es bei dir? Ich hatte genau das befürchtet, was ich gesehen habe. Also, dieses zwei Teilen waren mir doch schon relativ schnell klar. Aber es rettet den Film auch leider nicht. Gut, also Sven Möbergeistert. Wie sieht es bei Dominik aus? Ja, ich hatte tatsächlich auch nicht mitgerechnet. So auf der Hälfte konnte man es sich ausrechnen, aber da dachte ich mir trotzdem so, ja, was soll denn da jetzt noch kommen? Irgendwie auch so ein bisschen. Dann konnte man es zwar schon absehen, aber ja, der Film ist nicht so das, was ich erwartet habe. Aber das kann ich diametral zu Sven sogar sagen, das hat mich persönlich positiv überrascht. Und dann würde ich mal mich so zwischen euch einordnen. Ich fand den Film, also ich hatte wirklich mit nichts Gutes gerechnet. Ich habe den geguckt und das erste, was ich dachte war, ach stimmt, ja, den gibt es ja auch noch, weil ich den komplett vergessen hatte, den Film. Und Jack Gyllenhaal ist es für mich immer eigentlich Hauptgrund genug, einen Film anzuschauen. Also habe ich das getan. Und war auch durchaus überrascht, was er erzählt und auch wie er es erzählt. Denn er fängt halt wirklich auch an wie so ein typischer Kriegs-Action-Film, würde ich sagen. Und war dann durchaus überrascht, dass er auch ein paar, ich nenne es mal, kritische Töne von sich gibt. Gerade halt eben, du hast es schon gesagt, dass halt eben die Amerikaner sagen, ja, okay, du arbeitest für uns, also kriegst du ein Visa und dann bekommt er es aber erst mal nicht. Und das ist ja kein Einzelschicksal. Es ist ja relativ bekannt, dass das für vielen Leuten so geht. Und da muss ich sagen, mein großes Problem mit dem Film war, er war zeitgleich sehr kritisch, gleichsam, aber auch war es wieder so ein Film, so Amerika, fuck yeah. Und das waren so zwei Kräfte, die an diesem Film gezerrt haben. Und ich bin immer noch nicht so wirklich ganz klar mit mir oder einig mit mir, fand ich das jetzt wirklich gut? Fand ich das schlecht? Oder war es mir vielleicht auch letztlich vollkommen egal? Was ist eine Auswahl? Hm. Ja, ne? Es ist so wie so ein Tag im Süßigkeitenparadies. Du darfst essen, was du willst und du denkst dir so, hm, ich hätte jetzt ja ein Knäckebrot. Ja, ich kann schon verstehen, was du meinst. Auf der einen Seite versucht er doch, relativ differenziert zu sein. Auf der anderen Seite lässt er es doch dann auch relativ mit Schauwerten krachen. Das kann man auch schon mal sagen, auch wenn wir den jetzt nur im Stream sehen, man sieht schon echt, dass das eigentlich ein Kinofilm ist, ne? Also, vor allem die Kamera ist großartig, wie ich finde. Also, ich weiß gar nicht, wen... Ed Wilde ist der britische Kameramann, der das geschossen hat, der tatsächlich ein Problem hat. Das ist ein sehr talentierter Mann, der immer wieder richtig tolle Bilder zaubert. Er hat nur ein Problem. Er nutzt dieses Talent, dieses Talent wird meistens immer nur für sehr mittelmäßige, schlechte Filme genutzt, wie zum Beispiel Cool Light oder so. Aber ja, das ist wirklich ein sehr erfahrener und sehr guter Kameramann, gerade im Action-Bereich. Und der, finde ich auch, der macht gute Arbeit. Und ich muss auch mal Guy Ritchie loben. Das ist ja aktuell so ein Film... Film... Filmfielder. Vielfilmer. Dankeschön. Deutsche Sprache, Schwergesprache. Und der dreht ja gefühlt alle drei Monate einen neuen Film. Und ich mag es immer, dass er mittlerweile auch recht viele Filme dreht, in der man seine typische Stilistik gar nicht mehr so richtig erkennt. Denn ich zumindest... war dieser Stilistik in letzter Zeit überdrüssig. Ich fand diesen Operation Fortune noch ganz nett, der noch relativ Guy Ritchie Niske war. Haben wir auch besprochen. Aber immer noch... Ja, wir besprechen hier einfach alles. Aber ich mag es tatsächlich, wenn er sich zurückhält. Und ich finde, dass der Pakt wirklich inszenatorisch richtig gut gemachtes Kino ist. Ich gebe dir auch recht, dass der eigentlich auf der Leinwand gehört hätte. Weil er hat wirklich starke Szenen. Alleine halt diese Action-Sequenz, wenn halt eben dieses, ich nenne es mal Platoon, wie der besseren Wissens, nicht dezidiert, sondern dezimiert wird. Das sind schon sehr tolle Szenen. Nicht herausragend, aber toll. Nichtsdestotrotz... Ja, so richtig so... Der Film beschafft für mich einfach nicht so diesen letzten Sprung, dass ich sage, boah, ist der richtig gut. Der ist für mich immer so ein bisschen... Er hangelt sich so über dem Mittelmaß relativ gekonnt, noch durchgängig. Ja, aber es fehlt ihm aus meiner Perspektive dann noch ein paar Qualitäten, damit ich sage, ja, das ist ein verdammt guter Film. Was mich jetzt aber interessieren würde, weil jetzt haben wir zwei Profis mal hier geredet, es wird auch mal Zeit, die Stimme des Volkes zu hören, nämlich unseren Sven. Und wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass der Sven nicht so begeistert war. Sven, sag doch mal, woran lag es, außer dass du einen schlechten Filmgeschmack hast? Es lag einfach an der fehlenden Emotionalität. Und ich fand die Verbindung der beiden am Anfang wirklich gut, aber sie machen einfach nichts draus. Also es kommt dann zu der Kopfverletzung und dann schnallt er in sich auf die Trage und trägt ihn über Berg und Tal. Und wenn man dazu übrigens als kleiner Gag den Rocky IV Soundtrack laufen lässt, kommt es richtig gut. Das Problem ist aber einfach, sie machen da nichts draus als ... Scheiß-Kopf-Kino, das habe ich jetzt echt nichts verdammt. Ja, ist geil, ne? Scheiß. Egal. Nein, mir fehlt einfach die Verbindung zwischen beiden. Sie haben, das ist alles sehr kühl gehalten. Es ist sehr oberflächlich. Er trägt ihn zwar rum und natürlich weiß man auch, warum er es macht. Das macht er ja nicht nur aus Spaß, Freude und Trainingswillen, sondern er will ja dieses Visa für seine Family haben, die ja bedroht ist. Aber es kommt einfach zu nichts klar. Gyllenhaal ist verletzt, ist schwer verletzt. Aber da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Und dann, ja, die Action ist gut. Den Showdown fand ich auch gut. Aber bei mir kommt keine Intensität rüber. Und wenn ich Leute höre, die dann bei der Kritik schreiben und sagen, ah, das kommt an Lone Survivor ran, muss ich sagen, ne, das kommt vielleicht an die Spielzeugfassung dran. Aber nicht. Gott sei Dank. Da muss ich halt sagen, ich, ja, genau. Gott sei Dank kommt jetzt hier Lone Survivor ran. Ich persönlich finde Lone Survivor echt furchtbar. Ja. Wo ich dir aber absolut recht gebe, ist, dass sie in Sachen Intensität gerne noch ein Stück drauf hätten können. Es gibt zum Beispiel eine Sequenz, die hat was damit zu tun, dass sie kurzzeitig, also er versucht, diesen verletzten Soldaten halt in Sicherheit zu bringen und hat kurzzeitig einen fahrbaren Untersatz und versteckt halt seinen Patienten, nenn ich es mal, auf der Ladefläche. Und dann kommt es zu einer Szene, wo ich mir auch dachte, ey, das wäre eigentlich so ein geiler Moment für richtig, also für eine richtig nägelkraune Spannungssequenz. Aber es schafft der Rich hier irgendwie nicht. Und dann habe ich mir mal überlegt, hat der junge Mann, oder mittlerweile ist er gar nicht mehr so jung, aber hat der jemals in seiner Karriere wirklich eine richtig spannende Szene gedreht? Mir fällt nichts ein. Also vielleicht ist das einfach kein Feld, wo er sich gut auskennt oder wo er sich zu Hause fühlt. Denn, ja, sie versuchen das spannend zu machen, aber ich fand, das war eine vertane Chance. Ja, in der Hinsicht bin ich auf jeden Fall bei euch. Da waren so einige Szenen, da dachte man sich, ja, das fängt gut an, das ist auch wirklich gut inszeniert, aber du denkst dir so, ja komm, du hättest noch mehr draus machen können. Das hängt aber auch vielleicht ein bisschen mit dem Pacing des Films zusammen, weil man merkt, sie müssen dann halt irgendwie, ja, doch in relativ kurzer Zeit müssen sie dann doch, ja, diese ganzen Reiseetappen über die Bühne kriegen, sowohl jetzt in der ersten als auch in der zweiten Hälfte. Und, ja, daran liegt es vielleicht auch so ein bisschen. Also das ist aber auch etwas, was man ein bisschen von Garicci kennt. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich in einer Hinsicht sehr positiv überrascht war, weil, man muss ja sagen, der Film ist ja wirklich kein gewohntes Terrain für Garicci. Und du hast ja auch schon mal gemeint, ich glaube in der Besprechung zur Operation Fortune, wo ich dich ja nur interviewt hatte, dass es so zwei Gariccis gibt. Es gibt halt einmal den, den man eben kennt von Bube, Dame, König, Gras und gefühlt ein tausend Film, die alle irgendwie sehr ähnlich sind. Ähm, und dann gibt es eben der, äh, ja, doch, meinst du, ne? Es gibt dann den, der Aladdin inszeniert hat, zum Beispiel für Disney, ne? Und der absolut keine Handschrift hat. Und hier muss ich sagen, ja, hat er sich an den richtigen Stellen zurückgehalten, aber dann wiederum auch an den richtigen Stellen, wie ich finde, seine Stilistik durchscheinen lassen, vor allem was die Kameraführung angeht. Hm. Das gefiel mir ganz gut. Ja, also, ja. Also, ich muss sagen, und das finde ich halt immer, ist für mich immer ein positives Bild, wenn ich einen Guy Ritchie-Film sehe und wenn sein Name nicht im Vorspann stehen würde, würde ich nicht wissen, dass es ein Er ist. Das ist für mich immer so eines der größten Lobs, die ich diesem, äh, Filmemacher aussprechen kann. Und ich weiß, ähm, das ist einfach eine sehr subjektive Sicht, weil ich hab auch Regisseure, die finde ich toll, die auch seit Jahr und Tag die gleiche Stilistik fahren und da stört's mich nicht, aber Guy Ritchie ist für mich, was seine Stilistik angeht, fast schon so verbrannt wie Wes Anderson. Wobei bei Wes Anderson, das ist ein anderes Thema. Aber ich komm noch mal zu meinem Problem zurück, dass dieser Film so, für mich einfach ihm, so der letzte Schlag fürs K.O. fehlt. Also, dafür bin ich komplett zur Überzeugung, dass es ein richtig guter Film ist. Und tatsächlich muss ich auch sagen, ich hadere auch sehr mit der zweiten Hälfte, weil diese Hälfte besteht zum Großteil erstmal daraus, dass Jack Gyllenhaal, äh, natürlich nur echt mit Vollbart, äh, vorm Handy sitzt und versucht irgendwie, jemanden an die Leitung zu bekommen. Und dann, ja, wie soll ich's nett ausdrücken? Ich finde, Jack Gyllenhaal ist ein toller Schauspieler, aber ich finde hier overacted er echt extrem. Ich finde, bei so einer Figur wie, äh, Lou Bloom in Nightcrawler passt das perfekt. Aber bei so einem Soldaten wie so ein Jack Kindlay fand ich einige seiner emotionalen Ausbrüche eher befremdlich als wirklich passend. Sven, wie war's bei dir? Ja, es ging mir auch so. Also, ich mag ihn auch wirklich sehr und ich schätze ihn auch wirklich als absolut guten Schauspieler. Aber da, ähm, nee, das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Ja, es ist dann für die erste Hälfte dann vielleicht sogar ein bisschen dankbar, dass er da, naja, eigentlich eher eine liegende Rolle hat. Und, äh, dass dann hier Dar Salim, äh, da relativ viel reißen kann. Den muss ich sagen, der hat mir sehr gefallen. Woher? Du meintest ja schon, Stu, den kennt man auch aus dem deutschen Kino. Das ist eigentlich ein Däne. Wo hat man den denn noch gesehen? Honig im Kopf. Äh, äh, doch. Dar, Dar Salim hat wirklich, äh, der hat bei sechs Folgen in My Front mitgespielt. Der hat dann in die Brücke die Serie mitgespielt. Er hat bei ein paar Tatorten mitgespielt. Er hat bei Ridley Scott's Exodus mitgespielt. Honig im Kopf, wie gesagt, hat er mitgespielt. Lombok bei Jerks, der Serie hat er mitgespielt. Darkland, das war ein relativ erfolgreicher dänischer Thriller, der auch sehr gut in Deutschland ankam. Ähm, also das ist wirklich ein Schauspieler, der, also, wirklich viel gemacht hat. Und zwar wirklich auch international. Also, das wird bei einigen ja nur so gesagt, weil sie mal zweimal in irgendeinem Hollywood-Film Hallo gesagt haben, aber Dar Salim ist wirklich, der ist wirklich sehr, äh, umtriebig der Mann. Und ich fand ihn wirklich stark. Ja, der ist so tatsächlich Herz und Seele des Films. Ja, würde ich auch sagen. Und was mir bei ihm auch gut gefallen hat, ist, ähm, dass du immer gemerkt hast, so, er macht das und er hat auch hinterher, auch einen Hintergedanken, wie Sven schon sagte. Also, der rettet ihn jetzt nicht nur, weil er ein guter Mensch ist, sondern eben auch, weil er weiß, das würde ihm was bringen, weil er eben auch aus dieser Situation raus will. Und das hat mir ganz gut gefallen. Ja, da wird so richtig auch natürlich Überlebensbilden, äh, äh, aktiviert, sag ich mal, ne? Sowohl, äh, was ihn angeht, auch als Gillenhol. Also, er, er trägt eigentlich so ein bisschen die Last für beide dann natürlich wortwörtlich. Aber da waren wirklich starke Szenen, wo er auch, also, vor allem, was mir sehr gefallen hat, seine Figur spricht eigentlich gar nicht so viel in dem Film, obwohl er einen Dolmetscher, äh, darstellt. Und, ähm, das fand ich sehr intensiv tatsächlich. Also, da, da haben sie auch, ähm, man muss, man muss ganz ehrlich sagen, also, nichts gegen Jack Gillenhol, aber Darst Salim hinterlässt mehr Eindruck, was vielleicht auch daran liegt, dass man Jack Gillenhol vielleicht auch schon mal in ähnlichen Rollen gesehen hat. Und, ja, ich geb's zu, so, gerade so dann so die, die, äh, sag ich mal, Episode in den USA. Das wirkte so ein bisschen ziellos auf mich. Und das hat den Film leider auch etwas in die Länge gezogen, für meine Empfinden. Hm. Ich würd sagen, die erste Hälfte war für mich richtig toll, die hat mir wirklich gefallen. Und die zweite Hälfte, ja, die hinterließt dann irgendwie nicht so sehr dem bleibenden Eindruck, äh, außer, dass es mich jedes Mal fertig macht, Anthony Starr außerhalb seiner Homelander-Figur zu sehen oder außerhalb von Banshee. Äh, der spielt ja da diesen, diesen Söldner-Chef. Ähm, und am Ende gibt's halt eben auch noch ne, sag ich mal, ne nette Action-Sequenz, äh, in der die Kugeln wirklich zu Tausenden einem um die Ohren fliegen. Mhm. Und, ähm, ja, das ist alles halt wirklich, ja, das ist alles gut gemacht, ähm, aber ich glaube jetzt gerade so, gerade mit eurem Input, äh, noch dazugenommen, glaube ich wirklich, dass für mich der Film so nach der Hälfte so ein bisschen Probleme hat. Also davor hat er für mich wirklich ganz gut funktioniert, vielleicht sogar glänzend funktioniert und, äh, gerade halt dann diese Episode nach dem, ich nenne es mal, Afghanistan-Abenteuer, ähm, die kommt dann nicht mehr so kraftvoll rüber. Und ich frage mich gerade, ob es vielleicht auch daran liegt, weil wir ja in der zweiten Episode halt relativ wenig von Darce Al-Lim sehen, der wirklich, das würde ich auch so sagen, der heimliche MVP dieses Films ist. Ja, das könnte so sein, ja. Ja, dass, dass der emotional auch nicht so gut funktioniert, das, äh, also zu ein bisschen teilen, würde ich daran festmachen, ähm, dass, äh, also eins fand ich sehr aufdringlich an dem Film und das war der Score. Der war eigentlich, äh, gar nicht mal schlecht, da waren auch schöne Sachen bei, aber da hast du wirklich gemerkt, da sind so Szenen, die funktionieren emotional nicht so und deshalb walzt Guy Ritchie da seinen Komponisten drüber walzen. Ähm, das fand ich tatsächlich too much. Aber ich muss sagen, ich rechne es dem Film auch an, also es ist ja, glaube ich, auch eine wahre Begebenheit, ne, man sieht es ja dann auch im Abspann, ähm, ich rechne dem das auch irgendwo an, dass der, äh, jetzt auch nochmal aufs Thema Afghanistan aufmerksam macht, ne, also das ja dann irgendwie auch im Intro mal kurz vor Augen führt, äh, weiß ich nicht, Anfang 2001 hatten die USA da knapp über 1000 Soldaten und zehn Jahre später fast 100.000 und im Abspann oder zum Abspann hin wird dann ja auch kurz eingeblendet, ja, 2021 sind sie raus und einen Monat später hatten die Taliban wieder alles in ihrer Gewalt, ne. Das, äh, wird auch gern vergessen leider, also ohne jetzt hier irgendwie von wegen, Ukraine ist natürlich, äh, gerade sehr auf der Agenda, das ist klar, aber Afghanistan, ich meine, da ist auch eine, derzeit eine sehr große Hungersnot, ne, in der Zivilbevölkerung und es hat sich leider seit dem Weggang der USA alles erdrutschartig wieder, ja, zum Schlechteren gewendet, sagen wir es mal so, ne. Was ich auch noch sagen will ist, ähm, es kommt jetzt im August, glaube ich, ein Jerry Butler-Film in den Kinoskandahar. Ach ja. Ich darf jetzt darüber noch nichts sagen, ich hab's jetzt schon gesehen, aber aus dem Bargogurten darf ich jetzt hier nicht sagen, äh, wie ich den Film finde, aber ich kann so viel sagen, wenn ihr mit, äh, Guy Ritchie's Der Pakt schon Probleme hattet, dann glaube ich, könnte Kandahar auch für euch nicht sein, denn das ist auch kein rein rassier Action-Film. Aber was Kandahar deutlich besser macht als Der Pakt, und das kann ich verraten, glaube ich, ist, dass der wesentlich kritischer mit den Mächten umgeht oder, ähm, die fokussiert und behandelt, als jetzt hier Der Pakt. Denn, wir haben schon gesagt, er bekommt dann nicht sein, äh, Visa. Ich finde aber, dass der Film da relativ wenig Aufhebens drum macht. Es ist halt einfach so, oh ja, okay, dann machen wir es jetzt halt richtig. Und sorry, dass wir dich in Gefahr gebracht haben. Und ich finde, dass der Film dann doch relativ noch freundlich, äh, umgeht mit der Tatsache, dass sie ihn einfach so wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen haben. Und, äh, das hat mich, glaube ich, auch teilweise massivst gestört. Und da, sei noch mal erwähnt, das macht Kandahar besser. Ob es der bessere Film ist, seit er hingestellt ist, darf ich noch nicht sagen. Du hast schon nicht Unrecht, der kippt, äh, vor allem dann, äh, so in den letzten Minuten schon in, ja, so, es hatte schon, also jetzt nicht Michael Bay Ausmaße, aber es war dann schon so typisches Ami-Pathos. Äh, und da lässt sich dann Garicci auch nicht lumpen, äh, lumpen, was Zeitlupen angeht. Aber es ist okay, aber du hast schon recht, der steht da so ein bisschen zwischen den Stühlen, äh, dahingehend, ja, wirkt der vielleicht so ein bisschen unentschlossen. Ich muss sagen, dass ich den alles in allem aber doch recht solide fand, wenn allerdings auch ein bisschen lang geraten für mein Empfinden einfach. Ja. Sven, willst du noch irgendwas beisteuern, außer dein Fazit? Hm, nö. Der Film, nee, nee, ist so. Also, ich fand den, ich fand den okay, aber ich werde mir jetzt nicht noch mal angucken. Nee, 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 das ist auch ein Film zum Tausendmal angucken. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir unsere Fazits und wir machen das, wir machen ein progressives Fazit. Wir fangen mit demjenigen an, den ich am schlechtesten fand. Das wäre Sven. Dann komme ich als Mittlerer und der Dominik, der den Film, glaube ich zumindest, rausgehört zu haben, in den letzten 20 Minuten am besten fand, darf dann das letzte Fazit abgeben. Sven, fang an. Okay, ich fand den Film relativ emotionslos. Mir fehlt die Intensität, auch bei den Shootouts. Ich fand, der Film ist okay, aber mehr kann ich da leider nicht rausziehen und Herz und Seele ist wirklich, Dar Salim und das war's von mir. Ich fand den Film nicht ganz so emotionslos. Ich finde, dass er von Intensität gerne hätte noch die ein oder andere Schippe mehr draufhauen können. Herzstück des Films ist Dar Salim, der in der zweiten Hälfte streblich von mir vermisst worden ist. Nichtsdestotrotz ein guter Film, kein Superfilm, ein, ja, ich finde das Wörtchen nett ist für diese Art von Film ein bisschen schlecht gewählt, aber ich hatte mit dem Film eine gute Zeit, das ist jetzt auch falsch, aber der ist okay. Also der ist, Sven sagt, der ist okay, ich sage, der ist okay plus. So, und jetzt darf Dominik. Ja, ich sage, der ist okay plus plus, was so viel ergibt wie solide. Es kann man sich schon ansehen, ist schade, dass der nicht auf der Leinwand gezeigt wird, ob ich mir da jetzt angesehen hätte, sei mal dahingestellt, aber der hat schon durchaus starke Bilder und auch intensive Momente. Er hätte vielleicht hier und da einfach noch einen Tacken, ja, selbstbewusster agieren können, ist dann, wie gesagt, auch so ein bisschen, was so die politische Note angeht, ein bisschen unentschlossen. Aber gerade, wenn man Guy Ritchie mal so ein bisschen außerhalb seiner Komfortzone erleben will und trotzdem noch mit etwas, wo ein bisschen seine Handschrift durchkommt und nicht so was völlig Seenloses wie Aladdin, dann ist man mit dem hier eigentlich ganz gut bedient, würde ich sagen. Vielen Dank. Dann hätte ich noch eine Frage an dich, lieber Sven. Du bist ja hier unser Action-Konnoisseur. Genau wie ich wartest du ja auch schon seit längerer Zeit auf ein richtiges Lebenszeichen vom Roadhouse-Remake, in dem Jack Gyllenhaal ja die Rolle des verstorbenen Patrick Swayze übernimmt. Und Gyllenhaal ist ja nicht gerade bekannt als Action-Star. Jetzt hat er hier eine Rolle, die jetzt ist kein Actionheld, aber er hat schon seine Action-Szene. Glaubst du nach der Pakt, dass das was ist für Jack Gyllenhaal Roadhouse-Remake oder sagst du, nee, besser nicht? Ich hab wirklich Bock drauf, weil ich glaub, das kann er gut. Und der Regisseur, ich mag auch die Born-Reihe, das ist alles, das passt schon. Und dann spielt auch noch Conor McGregor noch mit. Das könnte okay, gut, das könnte ein bisschen cringe werden, aber ansonsten ist da alles dabei, was mir Spaß macht. Und diese MMA-Vorschau, ja, viele meckern drüber, aber ich fand sie gut, mir hat sie gefallen. Und er hat die Statur, das sieht, das sieht, das sieht einfach wieder krass aus. Zwar nicht so wie ein South-Paar, aber schon ähnlich. Ich hab Bock drauf. Okay, gut. Dann haben wir es noch geschafft, diese Besprechung, diesem antwuchsvollen Film, mit Roadhouse abzuschließen. Damit ist mein Werk getan. Ich kann wieder zurück in die Unterwelt wandern. Ich wünsche euch da draußen einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, was auch immer. Und verabschiede mich, dann darf der Don Tschüss sagen und dem Sven-Gebüter das letzte Wort. Tschüss. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammfisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.